Militär Geistliche sind mit der Seelsorge an Soldaten betraute Geistliche. Unter dem Begriff Militärseelsorger sind alle Personen zusammengefasst, die in der Seelsorge an Soldaten beteiligt sind. Je nach Gepflogenheit wurden sie auch als Feldprediger bzw. Feldkaplane öster, auch Feldkurat bezeichnet. Es waren dies neben anderen Begriffe für die, die bei einem militärischen Verband zur Militärseelsorge zugeteilten christlichen Geistlichen. In der heutigen katholischen und evangelischen Militärseelsorge sind Militärseelsorger zumeist Militärpfarrer und ihre Vorgesetzten wie zum Beispiel Militärordinarius oder Militärdekan, Militärgeneraldekan bzw. Militärbischof für die religiöse Betreuung der Soldaten zuständig. Bei jüdischen Soldaten werden diese Aufgaben von Feldrabbinern, bei muslimischen von Militärimarmen wahrgenommen. Deutschland-Feldprediger unterstanden dem Feldpropstiererkonfession. In der Zeit des Nationalsozialismus hießen sie Feldseelsorger bzw. Wehrmachtpfarrer. Sie unterstanden ab dem Reichskonkordat von 1933 ihrem Katt bzw. e.V. Militärbischof. Im Zweiten Weltkrieg wurden die aufgrund freiwilliger Meldung oder der Wehrpflicht dienenden Geistlichen als Kriegspfarrer E.K. Bezeichnet in der Bundeswehr wirken Priester, Pastoralreferenten und Pastore als Militärseelsorger. Sie sind im Haupt- oder Nebennam zuständig für die kirchliche Betreuung der Soldaten und ihrer Ehegatten und Kinder. Dieser Personenkreis gehört zum Jurisdiktionsbezirk des Militärbischofs und daher nicht zur örtlichen Gemeinde, sondern zur jeweiligen regionalen Militärkirchengemeinde, die von einem Militärseelsorger geleitet wird. Der Militärseelsorger hat keinen militärischen Rang, ist kein Soldat bzw. Kombatant und steht unter dem besonderen Schutz des Kriegsvölkerrechts. Er ist Angehöriger der Bundeswehr im Organisationsbereich Militärseelsorge, Bundesbeamter auf Zeit und wird daher aus dem Bundeswehrhaushalt besoldet. Im Einsatz trägt er, wie die Soldaten, den Fülltanzug mit einem Kreuz anstelle von Dienstgradabzeichen. Um dem Militärseelsorger eine unabhängige und ungehinderte Amtsführung zu ermöglichen, ist er in keiner Weise in die Hierarchie der Streitkräfte eingebunden. Zu seiner Unterstützung ist ihm ein Pfarrhelfer zur Seite gestellt. Vorgesetzter des Militärgeistlichen ist der Militärdekan im jeweiligen Wehrbereich, der wiederum dem Militärgeneralvika bzw. Militärgeneraldekan unterstellt ist. Beamtenrechtlich folgt dann nur noch der Bundesminister der Verteidigung, der jedoch die kirchliche Selbstbestimmung zu wahren hat. An der Spitze der Militärseelsorge steht kirchlicherseits der jeweilige Militärbischof. Die Militärseelsorger werden von ihren Landeskirchen bzw. Diözesen für diesen Dienst freigestellt. Dadurch soll eine intensivere Betreuung der Soldaten und ihrer Familien in Deutschland gewährleistet werden. Da die Einbindung in die Ortspfarrei in der Regel wesentlich stärker ist als die Bindung zum zuständigen Militärseelsorger, wird die Jurisdiktionsregelung von den Familien meist vernachlässigt, soweit sie überhaupt bekannt ist. Militärseelsorger nehmen an Übungen und Auslandseinsätzen der Bundeswehr teil. Österreich in Österreich-Resp. Österreich-Ungarn gab es bereits vor dem Ersten Weltkrieg für alle wichtigen Glaubensrichtungen Militärgeistliche. Schweiz in der Schweizer Armee war Feldprediger die frühere Bezeichnung für Armeeseelsorger. Frankreich Die Armoniers Militäres gehören zum Offizierkorps ihres Verbandes, Stabes und werden gemäß dem Reglement im Schriftverkehr generell als Monsieur Lomonier angesprochen. Sie sind auch mit besonderen Rangabzeichen ausgestattet. Katholische Militärgeistliche der Land- und Luftstreitkräfte werden gemäß Reglement als Padre angesprochen. Gewöhnlich wird jedoch Montpere verwendet. An Bord von Schiffen wird der Geistliche als Moussenior oder Booth tituliert. Protestantische Militärpfarrer werden Pasteur genannt. Israelitische Seelsorger heißen Monsieur le Rabin. Islamische Geistliche werden als Monsieur angesprochen, bis eine Regelung erfolgt ist, die auf traditionellen Gepflogenheiten fußt.